Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levels Cards 11 zu einer News. Ja, diese News ist für GOG-Freunde unter euch, die gerne GOG benutzen. Und zwar gibt es da zur Zeit das Spiel MDK für umsonst. Normalerweise kostet das 9,99 Euro. Schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Es ist so ein Action-Spiel. Gut, von der Grafik her müsst ihr bedenken, das Spiel ist von 1997. Aber ich denke, vielen unter euch wird das Spiel, der Name, ein Begriff sein. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, und wie immer habt ihr 48 Stunden Zeit, also zwei Tage. Und bekommt neben dem Spiel auch noch ein Online-Manual. HD-Wallpaper und Original-Soundtrack dazu als Goodies. Also ich kann GOG nur empfehlen, falls ihr noch kein GOG benutzt. Ab zu www.go.com und holt euch das Spiel, solange es noch gratis ist. Ja, das war die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye-bye. Bye.